Hallo liebe Freunde, hier ist euer Dschungel-Moderator und ich bin im wilden Westen unterwegs. Und es ist nicht zu glauben, ich habe, außer diese Bahn, einen Lord und sein Gefolge getroffen. Wer seid ihr hier endlich? Hat ihr mir schon Sorgen gemacht? Ah, Unkraut, vergeb'nicht. Leider, auch das hab' ich gehört, Smetley. Nun, Weatherby fährt leider sehr defensiv. Habt ihr eigentlich was dagegen, wenn ich mich hier etwas umsehe? Nein, nein, aber immer schön vorsichtig und nichts anfaschen. Was sollte schon passieren? Nun, Smetley, wo bleiben eigentlich meine Frühstückseier? Mit Verlaub, Milot, es kommen keine aus dem Huhn heraus. Ja, der Koch versucht es, ja. So ist man will. Und das könnte nicht das Zeichen gewesen sein. Ja, das ist das Zeichen. Nun Smetley, dann würde ich sagen, ihr nehmt sofort einen Huhn. Dann klappt es auch mit den Eiern. Ja, mit Verlaub, Milot. Das Huhn. Ja, es hat Ladehemmung. Aber das hat's nicht leh, ich regle das. Lovely chicken, love me too. Ich hätte gern ein Frühstückseier. Ich bin nervös. Buben! Prima! Entschuldigung! Der ist ein Frühstück.